Merlin, wie liegst du denn da? Was ist denn das für ein Liegen? Man könnte ja fast denken, du hast Bauchschmerzen. Aber ich hab ne gute Nachricht für dich. Ich hab ne gute Nachricht für dich. Wir schneiden heute die Krallen. Freust du dich, mein Scherz? Freust du dich, dass wir Krallen schneiden, mein Scherzi? Der Specklaut ist auch da. Dir schneiden wir heute auch die Krallen, ne? Du magst das gar nicht. Normalerweise macht man das natürlich mit dem Krallenschneider. Für Katzen? Merlin. Merlin, was machst du? Fein. Merlin. Aber, ähm, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat und die Katzen rein gewöhnt sind, ist es eigentlich egal. Muss man natürlich auch nicht bei jeder Katze machen. Aber hier bei meinem Probanden Merlin, da muss ich das schon immer mal machen, weil... Er klackert ganz gerne mal über das Parkett. So, komm her. Nee, andere. Fein. 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 Und... Fein. Ja, feiner. Fein, feiner. Lacka. Nein. Letzte, letzte Kralle, mein Schatz. Letzte Kralle. Letzte Kralle. Ancelon. Letzte Kralle. Komm. Eine Kralle noch. Komm, mein Schatz. Komm, fein. Ja, fein, mein Dicker. Hast du hart gelitten, mein Schatzi? Merlin war artig, ne? Und Omer lieben muss heute nicht. Und Omer lieben muss heute nicht.